How do you all come back on the dead, dear ranch? Today we are walking... ...irgendwo hier herum... Ja und heute Abend... Ja, ihr seid ja witzig... Auf der Abend sind dabei Detlef und Sebastian, hallo ihr beiden... Da der Sebastian gerade auf dem Feld unterwegs ist, werde ich da mal hindüsen und... ...den Anhänger schon mal mit einem Traktor bestücken. Detlef, hast du denn schon... Der Sebastian ist ja noch gar nicht dran, steht die Drescher noch hier rum. Ich hab gedacht, du wärst schon mal losgefahren. Jetzt chill mal deine Base, ja. Chill mal deine Base, aber wie alt sind wir denn? Zehn oder was? Chill mal deine Base. Krass, Heu, 31.500, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ach, ich muss erst noch den passenden GPS-Kurs hier finden. Das ist Ostwest, ne? Wisst ihr, solange Detlef hältst du davon, wenn ich... Ich hab mir den Anhänger hier grad sowieso, dann kann ich auch eben das Heu zu den Pferden bringen und einlagern. Ich hab schon hier einen Anhänger mit Heu gefüllt und bin auf dem Weg zu den Pferden. ... 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 Der Wink mit dem Zaunpfahl. Der Wink mit dem Triggerpfahl. An die Modder da draußen. Macht ein Mod, dass Mario immer den Trigger findet. Immer. Hier soll das sein, Deitlef? Das ist Mary. Wir haben mal eine Herausforderung. Fahr mal lieber zu den Kühen. Die haben noch gar kein Heu. Die müssen ja irgendwas fressen. Brauchen die denn Heu oder Silage? Das ist gleichwertig. Dann fahre ich zu den Kühen. Ich kriege es hier sowieso nicht raus. Ich habe ja gesagt, bleib mehr auf der Straße stehen. Da kommt doch mehr. Wo muss es denn bei den Kühen? Muss ich da hier durchfahren? Nein, da reicht es, wenn du zwischen die Stelle so kam zu fahren. Durch den Schweinestall und Kuhestall. Oder war das Bink mit dem Trigger? Ja, ich glaube hier müsste das sein, oder? Ja, ich habe es schon. Ich muss doch nicht reinfahren. Ich habe es schon. Relativ weit draußen hatte den Trigger. Habe ich. Aber ich habe ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Dieter, macht den euer Kanerlin-Projekt. Wie weit seid ihr denn da? Ja, die fast die ganze Karte ist natürlich besetzt. Wie habt ihr das hingemacht? Also ich habe heute Teil 24 gekauft. Was? Tja. Ist meins. Sebastian, wie weit bist du? 61 Prozent. Okay, dann kann ich noch eine Fahre vor Asylage hochfahren. Ja, ja. Okay, du hast 24 gekauft und welche Höfe habt ihr denn eigentlich? Das war... Warte mal. Ihr habt mehrere Höfe gemacht, ne? André hat den Pferdhof auch mitgenommen, ne? Genau. Ja, genau. Jetzt kommt er los. Jetzt alles ist für sie ein Feind. Ja, normal wollte Rüdiger mitspielen, aber er hat sich ja so gut wie nie mehr blicken lassen. Genau. Wenn er dann da war, da war er halt mehr mit seinem Solospiel beschäftigt. So. Hat André ihn dann ausgesperrt. Oh, jetzt ist, äh, wir sind live, ne? Hat mal wird durchgegriffen. Damit knallhart durchgegriffen auf der Karte. Ja. Ja. Alle Peschker, tut mir leid. Das ist ja auch blöd, dann. Ja, ich meine, wenn ich schon onkomme, dann mache ich kein Solospiel, dann komme ich oder sage vorher Bescheid. Ja, das, äh, wir haben uns ja tatsächlich gegen das mehrere Höfe-Prinzip entschieden und machen immer nur gemeinsam. Immer nur noch gemeinsame Sache. Also, gemeinsam gegeneinander halt. Wir machen gemeinsam das, was Mario gern hätte. Äh, wot, 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 wot? So, Freunde. Da müsste man ja eigentlich mal das Gegenteil machen. Ich glaube, wir haben... auch nicht so richtig durchsetzen. Wir sind ja auch... Ja, das ist wirklich wahr. Also, Sebastian und Detlef, die sind wirklich, ähm, betreuungsbedürftig. Und dem habe ich mich halt angenommen. Aha. So kann man es hier auch ausdrücken. Ich habe... Gestern haben wir hier ein Deutz gekauft, wo kein Hirsch drauf ist. Nach Wunsch der Kollegen hier. Und das hast du zugelassen. Ja, ich wollte nur mal sagen, also, von wegen geht immer nach Mario. Da würden wir hier bestimmt auch keinen Joskin Dracar durch die Gegend fahren, sondern ganz, ganz viele Drehschemel anhören. das sagt schon kein Durchsetzungsvermögen. Ne? Wirklich. Also, ich werde hier eigentlich, wenn wir es genau nehmen, dann werde ich hier ganz schön untergebuttert. Habe ich ja eigentlich gar nicht von jemand? Bitte? Ist jetzt schon jemand? Ja, die 22, 23. Und ich warte gerade auf den Abtanker. Mario dich ab, oder? Da kommt irgend so ein gelber Fleck ab dem Horizont, ja. So ein gelber Fleck. Ja, wir können mal versuchen, irgendwie... Wie kriegen wir denn die Zuckerrüben raus? Da wirst du wohl ein Holmer mieten müssen. Wenn wir bestimmt noch die Karte, oder? Dann Standard-Holmer haben wir auf der Karte, klar. Da gibt es ja immer. Grübe-Technik. Natürlich keine gemoddete Variante, das ist wahr. so weit so weit war noch. Der Unterschied zwischen... Achso, an 30.000 Sie kommen doch. Danke. Bitteschön. Ja, Dieter, was verschafft uns die Ehre deines Besuches? Wollte nur mal guten Tag, guten Abend sagen, zwei Besuch abstatten. Das ist aber nett von dir. Das freut uns. So bin ich. Ja, womit haben wir das verdient? Das frage ich mich auch. Ja, ihr zwei gar nicht. Ich natürlich. Sagt wer? Naja. Naja. Wenn wir Dieter nicht hätten und die kleinen Kartoffeln, dann müssten wir die ganze Zeit den großen. Genau. Habe ich nicht verstanden, aber ja, ja, genau, Sebastian. Ja, so ist es. Ja, ja. Sag einfach ja, dann bist du immer gut. Genau so, Sebastian. Ich gehe schon mal den Flug holen, also dieses eine Stück wollen wir wahrscheinlich auch nachflügen, oder? Oder war das nicht zu flügen? Du musst nach dem meisten eh immer generell pflügen. Nein, wir haben doch flügen ausgeschaltet. Wir müssen das nur einmal pflügen, bis das stimmt. bis das von der Karte runter ist. Hast du ja gestern gesehen, wie das geht? Ja? Oder bei der letzten Folge? Oder die letzten fünf Folgen? Hast du gesehen, wie man pflügt? Die Zuschauer haben das sehr imposant in fünf Folgen, ja, drei Folgen verfolgen können, aber urlange Folgen, also wir haben ja richtig Timelapse dazwischen gemacht, ne? Stimmt. Ja, was muss, das muss, ne? Na ja, müssen ist hier relativ. Das stimmt allerdings. Aber wir wollen ja schon ein bisschen was machen. So, ich guck mal, wie... wissen wir gar nicht, ne? Boah, ich hab jetzt die vergangenen Tage nicht viel gemacht. Es war einfach zu warm. Ja, das stimmt, das war's natürlich wirklich. Viele haben ja immer noch Big Packs. Ja, die hab ich vorhin gekauft, weil ich dieses neue Tool ausprobieren wollte, aber ich glaube tatsächlich im Multiplayer, es funktioniert einfach nicht. So, I told you. Bevor wir es nicht getestet haben, erlaube ich mir niemals ein Urteil. Aber in dem Fall würde ich jetzt sagen, nein, das funktioniert nicht. So. Ich weiß gar nicht, wie weit zieht er sich, dann zieht er sich dann bis hier rüber. Das ist auch egal. Ne, das wollte ich nicht. Senken. Du musst ihn erst ausklappen, dann senken. Ach, so ein bisschen hab ich doch alles gemacht. und du kannst ihn auch drehen, ne? Das ist auf der Tasche, du bist B. Ich musste nur gucken, wo der sich hinzieht, weil der sich ja so rüberzieht, wenn er den ein bisschen schief anfährt. Das werden nachher ein bisschen rüber ersetzen müssen. Aber wir machen jetzt erstmal den TPS-Kurs. Brauchschneider, du kannst ja den Ost-West-Kurs nehmen und auf automatische Breite und das erkennt er eigentlich selber. So, wie es gestern gibt. Ost-West-Kurs haben wir. Ost-West-Kurs haben wir. Den lege ich eigentlich immer an. Ein Nord-West- einen Nord-Sied- und einen Ost-West-Kurs. Der Detlef, das ist eine Kapazität, da können wir alle noch was lernen. Achso, aber der braucht ein Off-Set, ne? Macht er selber. Er hat aber nicht gemacht. Doch, bei mir hat es gestern unten gemacht. Wollte ja, machen. Mario versucht zu pflügen. Pflügen. Wo möchtest du wieder pflügen, Mario? Bitte, ich pflüge das Feld, damit das von der Karte weg ist, diese Info das gefüllt werden muss. Haben wir nicht den Tiefenlockerer geholt? Haben wir nicht im großen Tiefenlockerer stehen? Würde das nicht reichen? Also ich sag mal so, ich habe es doch Tiefenlockerer würde reichen, aber wir haben keinen Tiefenlockerer. Der Gelbe ist ein Grobber. Genau, hast einen Grobber gemietet und den Tiefenlockerer Tiefenlocker 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 Nein. Ach, Dieter, das war früher auch anders. Ja, das war halt nicht auf Twitch, das war auf YouTube. Stimmt, wir haben die auf Twitch gemacht, Alter. Ja, die, ähm, stimmt, wir machen Map-Crashing hier auf Twitch. Oh, das macht ja nichts, ich habe hier einen Twitch-Account. Ja, dann, ähm, dann nehmen wir uns eine Karte vor und machen quasi eine Mod-Vorstellung, äh, eine Map-Vorstellung auf unsere Art, innerhalb von einer Woche haben wir die Süd-Hämmern komplett aufgekauft, alle Produktionen am Laufen gehabt, aber natürlich auch die entsprechenden Mods gestartet, ne. Okay. Du kannst dir vorstellen, dass wir da entsprechend, ne, mit 40 Sachen mit dem Drescher fahren und so. Ja, das haben wir auch, also die Drescher fahren bei uns auch und den Drescher. Ja, wenn schon, Dentro, ne, also, ich meine, da wir eh zu zweit sind, äh, was sollt. Und wir haben gemerkt, dass man mit dem Holmer echt gut driften kann, Ja, das ist mega. Ach, guck mal, heute noch ein Abschlussrennen machen auf der Karte, ne. Ja, schon zu spät. Schon wieder verdattelt. Machen wir dann mal auf der Waxonia. Einmal mit Profi. Aber echt, hey. Wie weit bist du da mit deinem Drescher? wieder bei 3, die haben wir ja auch noch im Hinterkopf. Wieder bei 3, was? Äh, 38. Ach so. Ich hab schon einmal selber abgetankt. Ah, okay. Wollen wir sowieso mal eben wegfahren. Aber ich fahr in die rüber, da kannst du ja nachher nochmal abtanken. Ich schlieb von dir. Naja, mal schauen, was noch so alles kommt und was geht. Also ich glaub, die Saxonia, die hat noch Potenzial, da kommt sicherlich noch was. Also das sieht auf jeden Fall aus, als würden da noch ein paar Produktionen an Start kommen. Von daher Ich hab mich nur gefragt, warum da fünf Tybe rumfahren. Ein bisschen viel, würde ich sagen. Nö. Fände ich auch tatsächlich nicht bei der Größenordnung. Also wenn du die real spielst und nicht crasht, dann glaube ich, ist das durchaus sinnvoll. Naja, mal schauen. Ich hab's ja jedenfalls mal runtergeladen. Ich hab mal die ja nur mal Oberfläche schon gesehen. Ist schön, also mir gefällt die gut. Ja, ich find die auch schön. Wir haben die auch schon halt im Hinterkopf als alternative mal. Vor allem schöne gerade Felder und ich find die gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich hab's nur mal oberflächlich kurz angeguckt. So ganz genau hatte ich die noch nicht unter die Lupe. Was macht denn deine Kälbchen-Rinderzucht? Habt ihr mal diesen Kuh-Mod ausprobiert? Diesen Rassen-Mod? Weiß ich gar nicht. Wo du verschiedene Sorten hast. Ich glaube nicht. Und das von Sparky unserem Rinderfarmer. Ja, den Hof habe ich ja natürlich auch wieder. Aber das hat ja nicht. Ja, es war schon klar, dass du da keinen anderen dran lässt. Das ist ja wohl klar. Selbstverständlich. gar den Schafo. von daher habe ich auch noch übernommen. Echt mit den Schwabenschafen? Verrückt. Ich weiß, ich bin immer verrückt. Ein ganz verrückter Typ. Ja, normal kann doch jeder. Absolut, absolut. Jetzt wohl Feld verhofft habe, dann kann ich ja noch ein bisschen vergrößern. Da kommen noch Pferdestall hin und und. Oh, ist voll. Ja, entschuldige, da habe ich nicht weit genug gefahren. Wie macht ihr das denn mit der Größe? Habt ihr irgendwie Autodrive oder sowas mit drauf? Ne, Autodrive haben wir gar nicht drauf. Ne. Ne, Autodrive haben wir nicht drauf. Sagt der liebe Zuschauer, soll ich den einfach weiterschieben oder soll ich hier anhalten tatsächlich und warten? Ich warte mal, wir spielen ja hier, ist ja seriöse Spielweise, da gibt es nichts mit. Da muss man auch mal ein bisschen nett sein und nicht den Drescher beiseite schieben. immer aufs seite schieben. Ich halte nur gemietetes Fahrzeug, das heißt, die Leasingkosten steigen dann halt dementsprechend. Ja, stimmt. Wenn der Machen hat. Ich gebe hier gerne meinen ganzen Lohn ab und bis wird das zehnfache. Kriegst ja eh nichts, du armer Tropf. Ja, genau. Von Null ist das zehnfache immer noch Null. Seht ihr, liebe Zuschauer, ihr lernt ihr auch noch höhere Mathematik. Naja. Der Fabi war letztens Tage süß, Fabi, wenn du das hörst. Mit dem Kommentar, dass ich jeden Tag, 50 Tage lang jeden Tag zehn Folgen Bus-Simulator machen müsste, dann hätte ich die 5000 Folgen voll. Da fuß ich tatsächlich ein wenig schmunzeln. Das hat der Fuchs gemacht, hat das verändert und hat reingeschrieben 100 Folgen jeden Tag für 50 Tage und schreibt dann unten drunter Wört denn stimmt doch. Ja, nicht blöd der Junge, nur clevere Zuschauer habe ich nur clevere Zuschauer. So, liebe Zuschauer, mit diesem Wort verabschiede ich mir auch für die heutige Folge. Vielleicht möchten meine Mitspieler und der Dieter das auch tun. Ja, dann noch einen schönen Abend an euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye bye folks Bye bye and see you later on that dear ranch again